Egal, ob du einen kleinen Pitch mit dem Sandwich oder einen Chip mit dem Eisen 9 machst. Es gibt in den Bewegungsabläufen einen ganz wichtigen Moment. Und wenn du das schaffst, wirst du so viel Konstante beim kurzen Spiel sein. Was sehr oft bei diesen Schlägen passiert, ist, dass der Schläger hängen bleibt. Also, dass man zu früh in den Boden kommt. Oder dass man während des Treffens den Ball etwas toppt. So, entweder bleibt der Ball irgendwo da vorne liegen oder er saust über das gesamte Grün. Das Ziel sollte sein, damit du besser triffst, den Boden immer in der Mitte der Füße zu treffen. Und damit du mittig aufkommst und den Ball sauber triffst, egal ob beim Pitch mit Handgelenk oder Chip ohne Handgelenk, musst du auf folgende Position achten. So, da ich den Ball jetzt gut getroffen habe, ist der Ball schön hoch geflogen, weich liegen geblieben. Und worauf ich geachtet habe, ist das hier. Schau mal bitte, wie ich stehe. Mein Gewicht ist links, meine rechte Ferse ist hochgekommen und meine Schulter sind auf einer Höhe. Wenn du es schaffen könntest, in diese Position zu kommen, wirst du automatisch im Treffement richtig sein. Viele Golfer bleiben stehen, haben das Gewicht zu sehr hinten, weil sie den Ball hoch haben wollen, dann sieht die Endposition so aus. Viele benutzen die Hände zu früh, dann sieht die Position so aus. Aber wenn ich an Werfen denken könnte, wenn ich jetzt einen Ball werfen würde, ich stehe seitlich und ich werfe ihn, was passiert automatisch mit meinem Körper? Ich komme in diese Position, ich gehe mit, ich verlagere das Gewicht, ich drehe meinen Unterkörper auch natürlich. So, wenn du bei diesem Schlag, wenn du einen schwierigen Schlag hast über einen Bunker, mach deine Probeschwinge, guck, dass du mittig aufkommst, aber schaue, dass deine Füße, deine Haltung so am Ende aussieht. Glaub mir, du wirst so viel besser treffen und bemühe dich ziemlich früh in diese Position zu kommen. Das bringt nichts, wenn ich den Ball schlage und danach in die Position komme. So einfach in der natürlichen Position am Ende der Schwung sein, als ob du werfen würdest. Und es ist egal, ob du pitchst oder chipst. Ja sein und du wirst konstanter sein. Bitte fass diese Videos, dich weiterbringen, abonniere, golfen mit Freude.